GZSZ-Fans aufgepasst! Isabel Horn spricht jetzt ganz offen über ihr GZSZ-Comeback. Es ist mittlerweile vier Jahre her, dass Isabel Horn GZSZ verlassen hat. Feiert sie jetzt ihr Comeback? Die Fans würden sich nichts sehnlicher wünschen, als die Serien-Beauty wieder vor der Kamera zu sehen. Schließlich gehörte ihre Rolle Bia Koch zu den beliebtesten Figuren der Sendung. Knapp sechs Jahre lang schlimmfte Isabel Horn in die Rolle. 2015 war dann Schluss. Und das wird zumindest in der nächsten Zeit auch so bleiben. Im Moment ist kein Comeback geplant. Jetzt kommt ja erst das Baby und dann gibt es eine intensive Elternzeit. Außerdem habe ich ein zweites Standbein aufgebaut und bin als Elterninfluencer tätig, habe mein eigenes Buch, gesteht die Schauspielerin gegenüber in Touch Online. Aber, früher oder später werde ich aber vor der Kamera stehen. Und wer weiß, wenn es so sein soll, auch bei GZSZ ausgeschlossen ist ein Comeback also definitiv nicht. Bevor sich Isabel Horn, die gerade erst das Buch schön, anstrengend, aufregend, mein Wohlfühlbuch für frisch gebackene Mamis auf den Markt gebracht hat, wieder vor die Kamera addelt, steht erst mal ein ganz anderes Abenteuer an. Die 35-Jährige ist zum zweiten Mal schwanger. Schon in diesem Jahr wird ihre Tichte Ella eine große Schwester. Und auch das Geschlecht haben Isabel Horn und ihr Freund Jens schon verraten, es wird ein Junge.